Oh, die Spinne scheint anfangs neutral zu reagieren, obwohl es Nacht ist. Wo muss ich denn hin? Klingt doch schon fast da slime wie die Zombies. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. 1628 Z-Akte, was war das? Oh, was ist das denn alles, die Monster? Wo war das denn jetzt nochmal? Ich bin viel zu weit gelaufen. Und schon wieder tot. Weil ich nicht wusste, wo ich hin muss. Hier ist X-Achse 128, Z-Achse. Da geht die X-Achse weniger. Hier muss ich hin. Z-Achse 64 wird diese größer. Dann wird X kleiner. Aber wo wird denn X-Achse? In die Richtung muss ich. Weil ich ja X-Achse 128, Z-Achse 64. Also diese Richtung. Also diese Richtung. Bam, super. Die hat mich nicht in der Zeit geklärt. Warte, was kann ich ja hier denn? Wie war ich noch mal wieder geschneet? Warte, was ist ein Schadler ab? Warte, was ist ein Schadler ab? Ich weiß nicht, was ist. Ich weiß nicht, was ist ein Schadler ab? Wo war ich denn überhaupt hier? 28, ne, wo geht es? 16, hier wird es kleiner. Ah, hier war es schon mal die Markierung des kleinen Chunks. So, noch weiter irgendwie in die Richtung. Verliere ich mir die Position immer so schnell. Aber ich bin nicht so gut ausgerüstet wie beim Let's Play. Da war ich nämlich schon... Oh, Spinge. Jetzt kann ich nicht mehr sprinten. Ich wollte nämlich noch das Eisen herholen und... Da liegen wir in den ganzen Sachen noch. Wir wollten den hier zum Bett herstellen. Jetzt habe ich natürlich immer noch kein Holz. Aber ich habe so viel Warten Flash, damit... Da muss ich erst mal das essen, wenn ich den Leben wieder auffüllen. Und das Holz hat mir gefehlt. Jetzt müssen wir Holz abholen. Wenn man keine Schar hat, dann gibt es die... Ach, Creeper schon wieder. Die werden die ganze Zeit umgebracht hier von Monstern. Unerwartet aber zisch und bam. Unerwartet aber zisch und bam. Das ist jetzt nicht mehr viel Creeper. Du Flasen unterwegs. Und jetzt mal zurück. Schon wieder Flash. Aber jetzt kommt noch Setzlinge. Die... Die wollte ich erst mal auch haben. Da hat natürlich Creeper wieder ein Grater reingesprengt. Aber das ist erst mal egal. Weil ich ja Slides haben möchte. Damit nehme ich jetzt ja schon einen zweiten Teil. Im ersten Teil bin ich ja schon zweimal gestorben. Weil ich die... Weil ich ja nicht gerechtfertigt ein Bett haben... ...hatte. Wie soll man das auch für den Oven hier abbauen? So... Noch ein Baum mehr. Jetzt mach ich erst mal so mit Holz. Einen Apfel schon mal. Noch mal essen. Jetzt hat er ihn gegessen. Jetzt könnte ich doch eigentlich jetzt weitergehen, dass Slime kam. Oder wo ist meine Kohle denn hin? Ich habe ja Kohle, aber die... ist jetzt hier nicht da. Dann habe ich natürlich jetzt meine Kohle. Da liegen noch Knochen. Wollte mir das mal markieren. Drei Blöcke wohnen. Ja, da. Meine Kohle. Meine Kohle. Die wir jetzt mal mit Nahrung haben. Kuh-Schutz-Sache. Noch ein Erfolter-Tier. Da sind... Da sind so einiges. Kuh-Schutz-Sache. Kuh-Schutz-Sache. Renn weg. Das verbrauchte die Hunger. Da ist das ja. Sprinte hier in die falsche Richtung. Oh, da ist doch Kohle übrig. Die Holzbitz-Hacker auch mal erstmal verbrauchen. Das reicht für mindestens acht Fackeln. Das ist ja dieses Slime-Shank, wo er beginnt. Jetzt mal hier sind drei Blöcke hoch am besten. Direkt. ack. Oh. Oh. Noch mehr Eisen. Erstmal ein paar Fackeln machen. Wo habe ich den jetzt... Holz da. Holz... hack, Sticks... Ach, Fackeln. Holz... Zack. Sticks. das hier erleuchten da geht ja gleich wiederholz Hacke woher die steine dafür ich muss merken dass das kein Kleinplan mehr ist ich werde das mit dem auf Game Aufnahmen schalten wenn ich das hier nicht mehr brauch von der X-Achse bis Z-Achse 96 hochgraben umriff graben da kommt schon wieder Eisen also ich kriege hier eine Menge Eisen durch diese Farm bin ich mir jetzt bei 88 also 96 darf ich ja hin noch mehr Eisen in dem Gebiet dürften jetzt ja nur kleine und das Betttack ist schon kaputt also wir müssen eine neue ich habe jetzt schon zwei Crafting verabelt jetzt brauche ich noch jetzt brauche ich noch bestimmt eine Menge an Steinspitaken also etwas nach 3 auf einmal in den Ofen in den Ofen in den Ofen könnte ich das Erdblock na das ist kein Erdblock das ist kein Erdblock das ist ein Granitblock jetzt hier könnte ich ja noch 8 Eisen erb verbrennen davon so in Holz kann ich ja noch zur Holzkohle verarbeiten hier zack jetzt mal Holzkohle machen jetzt kann ich auch das Eisen abbauen noch mehr Eisen oh oh jetzt erstmal wird noch mehr Eisen oh 92 92 93 94 95 96 96 und hier wechselt der Chunk schon wieder also hier hier nicht mehr das ist jetzt nicht mehr Slime Chunk und jetzt ist hier wieder hin jetzt hier 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Kohle das kann ich auch so gebrauchen jetzt dass wir die Grundriffs graben 10 11 12 13 eine Fackel 14 14 15 noch jetzt hier 110 sind wir nicht hier noch richtig bis 144 bis 144 geht der Chunk der hier ist der letzte weil da ist 144 die Grenze dann muss ich jetzt hier wieder und wieder eine Fackel sowieso jetzt neue Fackeln 10 15 10 15 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 unangenehm da sind hier ist bei 82 noch ein hier ist 80 ist 79 also hier ist ein neuer Chunk wechselt hier ist das hier wieder der Slime Chunk hier ging ja noch einer weiter die letzte Fackel und gehe erstmal wieder zurück neue Fackeln muss ich hier machen und hier ist Kohle hier ist dabei innerhalb und die erste Spitze ist auch schon weg dadurch kriegt man also mit TNT kann man das schneller machen aber das habe ich natürlich ich habe natürlich nicht so viel Schießkolber so weit nehme ich jetzt auf so das fünfte Minuten also damit welchen Part auch schon mal beenden nachdem ich die Kohle abgebaut habe dann wieder zum dritten Teil wieder ok